Hallo liebe Heimatgeschichtsinteressierte, wir sind jetzt am Ende von unserer Heimatgeschichts- und Zeitzeugenstationstour durch den Landkreis Roth. Wir hatten im Jahr 2015 acht Zeitzeugentermine quer durch den Landkreis Roth von Kammerstein über Abendberg, Obermessing, Allersberg, Röttenbach, Stauf, Spalt und Haideck und durften mit noch lebenden Zeitzeugen sprechen, die zum Teil an den Kriegswürden im Zweiten Weltkrieg mitbeteiligt waren, aber auch vielen Daheimgebliebenen, die Erlebnisse vom Einmarsch der Alliierten bis vorhergehend die Machtergreifung der Nationalsozialisten auch mitdokumentieren. War sehr, sehr spannend und ich denke, es ist auch wichtig, diese Erlebnisse zu dokumentieren, für die Nachwelt zu archivieren. Und für mich war das Jahr 2015 auch persönlich sehr spannend. Nach über 70 Jahren, ich war heuer selber in Russland, habe ich das Grab von meinem Großvater entdeckt, der 1942 im Juni dort zwischen Moskau und Kiew am Vormarsch gefallen ist. Und es war für unsere Familie auch ein wichtiges Puzzlestückchen, um letztendlich zu wissen, was ist damals passiert, wo liegt der beerdigt und habe kürzlich letzte Woche die Information bekommen, dass auch mein Großvater auf einem würdigen Soldatenfriedhof beerdigt wird. Und somit ist das ein Thema, was mich seit über 20 Jahren auch ein Stück weit beschäftigt. Ich habe vor 20 Jahren, genauer gesagt 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, die ersten Zeitzeugengespräche gemacht. Und deshalb war es mir einfach ein persönliches Anliegen, das 20 Jahre später nochmal zu machen, um die noch lebenden Zeitzeugen, ja, die Geschichten zu archivieren für die Nachwelt, damit auch der jüngeren Generation bewusst wird, was wir für einen hohen Schatz von Frieden, Freiheit und Demokratie haben, für den es einzutreten gilt. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Zeit und eine spannende Unterhaltung bei unseren Zeitzeugengesprächen. Das ist der 22. April, 1945, Mittag um 12 Uhr in Wasserzeit, waren die Amerikaner gekommen. Bei uns war ja in der fränkischen Rezsat eine Brücke, eine Holzbrücke. Und wir haben es da auch schon gesprengt. Die Wehrmacht auf dem Rückzug. Die SS haben die schon gesprengt, ne? Und bei uns war eine Frau da aus Nenberg, die ist in Nenberg ausgeworfen worden und die haben uns da gewohnt. Und das ist der Nünderzter der SS und haben gesagt, warum sollt ihr das Brücker sprengen? Wir haben gerne in den Wehrmacht durchgeteckt und haben gesagt, wir haben schon mehr Frauen gesprengt. Und haben das Brücker gesprengt. Also ein paar Tage, bevor ich mich gekommen bin, waren schon die ganzen Decke abgegeben. Von der Sprengung. Von der Sprengung. Von der Sprengung, ne? Und da ist sogar ein Notausgang gemacht worden. Und da ist sogar ein Notausgang gemacht worden. Wenn was wäre, dass da ein Notausgang rauskommt. Dass wir hinten rauskommen, ja. Ja genau, so war das. Ja, wir waren da oben. Und dann, das war ja mit hoch um 12 Uhr rum, wir haben ja dann auch in den Bunker und alles war ich dann auch in den Bunker. Was für ein Laufkummer ist nun? Mein Großvater ist daheim geblieben. Und wenn wir nachts haben geblieben haben, ist ja bei uns dahin alles abgebrannt. Den ganzen Bild, wenn ich das jetzt nicht erkläre, der passt ja selbst. Na ja, da ist alles abgebrannt, ne? Ja, da ist alles, ja. Ja, da ist alles abgebrannt. Wenn wir heimgekommen haben, da bei Nacht, unser Haus war belagert von lauter Hameln. In unserem Wohnzimmer haben wir schon eine Schraubstunde eingekriegt gehabt. Ja, war schon alles belagert, ne? Ja, und dann, der Dings ist ja alles. Und dahinten beim Bayern, Bayern und Pfuf, die sind ja alles abgebrannt. Uns ist nur die Stahl hier abgebrannt, das Haus steht nicht. Und beim Bayern dahinten, die haben ja auch einen aufgeholt in den Keller. Die haben natürlich nicht so weit gekommen, da haben sie beim Nachtmann beim Pfuf in den Keller nicht. Jetzt hat das Haus auch zum Brennen umgefangen, die sind ja nicht mehr raufgekommen. Weil der Keller eingang, da hat er aufgebrannt. Jetzt haben sie es noch gehört, dass eine drum schreie. Dann haben sie sich durch den Keller noch. Das war bloß 50 mal 50, das hat die Leute rausgebrannt. Das haben wir alle rausgebracht. Ja, das haben wir rausgebracht. Und beim Bayern dahinten ist ja wirklich alles verbrannt. Wir haben noch bei uns, vor den 22 bis kurz vor Weihnachten, haben die bei uns gewohnt in unseren Wohnzimmern. Weil kurz vor Weihnachten war das Haus wieder so weit aufgebaut, dass sie sich den Wohnraum haben können. Und vom Bayern dahinten haben die Käse, wenn ich das so erklären darf, die haben die Fressgitter drinnen gekämpft. Die Skelette waren da drinnen gekämpft. Dort da ist alles verbrannt. Und in der Scheune nebendrin, da waren die Pferde, die haben nicht verbrannt, sondern die haben erstickt. Und den rauf. Es war natürlich, hat ja keiner, auch Bulldog, nichts hat was gehabt. Die Pferde haben sie dann mit den anderen Pferden rausgezogen. Und hinterhalb war der Grundstück, da haben die eingekämpft worden. Die Pferde. Nicht mit dem Bagger, sondern mit der Schaufel, die haben sie ehrlich gesagt gemacht. Das war ein krass. Das war ein krassender Loch, ja. Ja, das war das so. Und vor etlicher Jahr hat ein Bayer, der hinten eine Gülle gerade gemacht. Hat die Skelette gemacht? Da habe ich gesagt, soll ich zum Bayer, soll ich die beobachten, da haben die Pferde eingekämpft. Und frei geworden, haben sie den Pferdekopf, dass sie nicht kommen. Also ich bin 27 geboren, habe ich schon gesagt, und 1944, damals bin ich gewusst. Und damals, nach drei Wochen, ist er ein Berufungsbescheid gekommen, an den freiwilligen Bewerber der Waffen-SS. Da sagt mein Vater, hast du freiwillige Bewerber zum Waffen-SS? So wie nie, niemals, nicht? Ihr Bruder hat zwei Kollegen dabei gehabt, in Spreid. Na, wir werden doch mal bitte kommen, gesagt, das mache ich nicht im Leben, oder alles, wie gesagt, nicht mehr. Und der Pferde sagt mein Vater, wenn du dich freiwillig gemeldet hast, dann gehst du auch nicht. So, 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 zum Wuschenrung, beziehungsweise, ein Berufungsbescheid. Gut, hat 14. Junge da, hat nochmal gekommen. Mein Vater hat gesagt, komm nicht in die Frage, wenn du dich freiwillig gemeldet hast, gehst du nicht. Gut, bin ein Liedbisbeter. 14 Nachtraff kommt wieder ein Berufungsbescheid zur Wurschtelung und hat dann die Frage gegen den Bewerber der Wachmesser, so wie die Vorwärmung erreichst, wie hast du damals gepasst, ne? Ja, gut. Du hast doch Geld für jede andere Person, da hat nur die Stahlgegen zu machen, da hat die nicht gewurschtelt worden. 14 Nachtraff kommt ein Berufungsbescheid, also da unten hat hier ein Wurschtelung und zwar war, Jägerndorf ist das zu denen, da war ich dann in der Ausbildung. Kurz vorher waren wir vier oder sechs Wochen im Arbeitsdienst und dann auch diese kleine Wurschtelung dann zur Wehrmacht und dann im Frejahr, damals in April, dann reingezogen zur Wehrmacht-Ausbildung in Jägerndorf. Die Ausbildung hat dann damals nur sechs oder sieben Wochen gedauert. Und dann sind wir in Einsatz gekommen, mit drei kooperieren, das dürfte etwa 180 Leute gewesen sein. Da sind wir in Pforzheim, Nauberg, in Pforzheim war das damals, da hat Pannenmusk geschlafen, und da haben sie uns 16, 17-jährige Kindersoldaten, die es dann in der Auslandspürze gibt, bei uns leider hat es auch nicht gegeben, bei den HZ war das möglich. Und dann sind wir dort in Güterzüge verladen worden, wenige Stück Vieh. Die Vieh, die erwähnt wurden nur, ich bin schaufig geeinigt, der Kuh drin wurde dritter, weil sie verladen worden sind und so weiter und so fort. Und da sind wir dann drei Wochen gebraucht, bis wir nach Pforzheim wiedergekommen haben. Und da sind wir in Einsatz dort gekommen, ich war natürlich, damals auch, da habe ich ein bündiger Kerl gebeten, da habe ich den G-Schützchen gebeten. Dann haben wir nach Pforzheim in der Fläche in Einsatz gekommen, und da kamen wir oben auf den Hügel, zwei Gäste raus, und da war ungefähr 300, 400 Meter weit, da war ein Wald, und da war die Kuh drin geschossen. Die Amerikaner? Die Amerikaner. Da waren dann drei Fähigkeiten hoch, zuerst war die Schöne, andere beteiligte den Einsatz dort, aber dann hat sie mich glücklich gewischt, dass sie mich voll durchgeschossen. Und dann habe ich natürlich das Kuh drin gemerkt, und da habe ich mir gefallen, wenn das alles ausfällig ist, jetzt bin ich in Pforzheim nach Schönen und so ein Schuhglas, weil da war der Schiefer hin und zurückgelobt, das haben wir alles drauf, wenn wir es nicht machen wollen, weil ich habe ein Weg mit dem Zug, und da kamen wir zum Bauchloch, und dann habe ich die anderen Kollegen da habe ich dann runterrausgeliert, da war der Ratscheufl unter, und da war er in der Scheune, da war so Hauptverfassnacher, da hat sich dann verbunden, da jedenfalls wir, jedenfalls erinnern kann. Wenn wir auch verloren wurden, in den Zug wieder, ein paar Personenzug. Das war eben der Bram, der verspult auf Binfries gegangen ist. Der erste Zug ist dann von dort aus, von Gott sei Dank weg. Also ich kann das nur sagen, weil ich umgekommen bin am Schluss nach Reitung in Innsbruck. Und da haben wir gelandet in Neu-Ulm. Und eigentlich haben wir es in Neu-Ulm, das was wir haben gemacht, in freier Natur eingerichtet haben. Da sind wir hier lauter das junge Kerl vom Lazaretras und da unter freier Helmene. Ich komme da hin, da war ich dann sechs Wochen da. Essen hat es einmal am Tag gegeben, da gibt es noch den Pogscher, da hast du mit dem Degel zum Essen gegeben. Da hast du dann so ein kleiner Brick gerecht, ein wenig großartiges drin. Das war das ganze erste bis sechs Wochen noch. Ein Tag, einmal am Tag. Und als ich damals herangekommen bin, habe ich noch ganze 38 Pfund bekommen. Zuerst habe ich mir nicht genug, vielleicht habe ich 10.40 oder 10.50 gehabt. Aber jetzt stehst du bei den großen Gerät, dann nimmst du schon. Sechs Wochen dabei. Bei Regen und? Bei Regen, da hat es Regen gewonnen. Wir waren in der Straße, da hat man wieder, wenn da ein Riesen gelandet hat, da hat man da wegen der Hand, da wegen der Großzug, das haben wir dann umgezogen, da hat versucht, da wegen der Feuer zu machen, dass man mit Luft und Sonne geschehen hat, dass das so, wie der ewigermaßen getroffen wurde. Wenn einer aufs Glaubenreise hat, da war bloß ein Bäumchen hinterzug, und der Grobe ausgehoben, sind auch so 15 Meter lang, und 3 Meter weg, da war alles grün und pfeffert usw. Und die waren dann schon ein bisschen alle entstanden worden, die haben einfach abgeflogen, und die Ewigkeit immer rausgehoben. So ist das gewesen. Und in der Freude, der Lastwurm, alle da, nach 18 Jahren, bis sie in der Freude der Lastwurm durchgefahren, ich habe es, die dauernde Kameraden, die gestanden habe ich beracht, ich habe es bei den Fäßen, bei den Händen gepackt, und an der Lastwurm nach ein bisschen begriffen, kaputte Seine abspressed. So war das, habe ich alles wieder mit aufgeschaut. Ich habe meine Eltern daheim, natürlich, ich habe von mir sechs, acht Wochen, zwei Kuss in Bern, ich habe das kaputt aufgemacht, ich habe meine Kuss 2, und so weiter und so fort. Und dann bin ich, so Ende, Ende Juni, 45 bin ich dann in der Lastwurm. Juni, 45? Juni, 45. Ich habe die Kameraden laufen lassen. Jetzt hat es, wenn wir abgefahren. Und dann hat es Kassen, weil wir hinwählen, und so weiter. Also ich lebe, ich stehe vor uns, bei Weißenburg, Bleidfeld, Nürnberg, Richtung Nürnberg. Und ich habe gesagt, wir wollten in Bleidfeld ansteigen. Also in Bleidfeld runter. Und dann irgendwie, da hatte ich einiges, ich habe geschaut, dass wir auf jeden Fall eine Zirkung haben, der hat was zu essen gekriegt. Freude groß, ja. Ja, da ging es kurz weiter. Meine Mutter hat es auch gekriegt, dass sie da irgendwas Neues tut. Die haben ja gekriegt gekriegt. Und dann habe ich dann wieder zwei aufzunehmen bei der Mutter. Und meine Mutter, weil es bald auch war, und ich brauche, brauche noch was zu essen. Und ich habe ja, ich hätte mir nicht überlaufen. Und ich habe meine Mutter gegangen hierher geschlagen. Das ist traurig. Und er hat nie die Leidenschaft gekriegt, weil er im Saar Hummel geholt hat. Da habe ich ein paar Gestorben drüber. Ich weiß nicht, ob er da oben hat. Einweißreiche. Warum? Ja. Ich weiß nicht, es hat alles gekriegt. Zuwissten ist ja da, kamen hier oben, oder? Oder da, war ich dann daheim? Jawohl. Bei mir war das so, bei der Bus sei, bin ich zu der Nachrichtentruppe vorgemerkt worden. Und bin dann am 5. Februar 1939 einberufen worden. Und wir konnten es doch gar nicht mehr erwarten, bis wir einberufen worden sind. Und so war es dann auch nach der Ausbildung in Wien. Eines Tages sagte der Spieß, neun Freiwillige für den Westen. Und wir wollten doch dabei sein, wenn es nach England geht. So haben wir doch Gräken damals. Dass es ein Gräken mit Russland gibt, da haben wir doch damals noch Migranten. Dann hat der Spieß gesagt, neun Freiwillige eines Tages für den Westen in der Früh. Und da war ich dabei. Ich war Fernsprecher. Nach gutes Jahr war ich im Revier tätig. Das waren leichtere Fälle, wenn andere Sachen mal sich... Das schlimmste Fall war einmal, dass ich den Kopf mit dem Messer reingestiegen habe. Dann ist aber die Einheit wieder versetzt worden. Nach ersten Journalis, also weg von Lille. Und dann war eines Tages dieser Tisch, wenn wir zum Verbinden, da irgendwas so mitschenken, weil es über D war. Und dann war die Glasplanung kaputt. Und dann sagt der Fachmeister zu mir, stellen Sie fest, wer diese Glasplanung kaputt gemacht hat. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich bin doch kein Gendarm. Oh, der ist Kumpel. Na ja, dann war natürlich das Verhältnis gebrochen. Und dann habe ich wieder eingereicht, dass ich zur Kompanie des Kumpels kam. Ich war ganz selten bei der Kompanie, weil es war immer eine Störungssuche dran, in Lille, in Outtrip. Aber so der Bereich, wo dann die Kugeln geflogen sind, habe ich nicht erweckt. Glücklicherweise. Ich habe keinen Schuss abgegeben, mir hat keiner was tun, auch nicht beim Rückzug. Gefangt haben sie mich in Kalten Eggosfelden in der Frängischen Schweiz. Und wir waren dann, ich habe das gemacht dann in der Früh. Und ich bin dann in das Dorf und habe bei den Bauern Eier gepettelt. Das Mädchen im Haus, die hat die Kartoffeln, wir haben Kartoffeln geschält und die hat dann uns Kartoffelpuffer gemacht. Und dann kam der Befehl, ich soll zwei, ich soll nach Trügendorf zurück und die zwei sollen die Vermittlung besetzen. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe zwei Fernsprecher zurückschickt, die Leitung, der Befehl war ausgeführt mit der Leitungsmauch. Das Mahlzeit war aufgeschlossen, da haben wir uns ausgeruht und im Dorf war es so ruhig. Und eines zu Nachmittag, um zwei Uhr, haben wir dann gesehen, dass die Leute, der Burkermaster, wer es gewesen ist, die weiße Flagge aufzieht. Einfach den Masten, das ist nicht mehr lange gedauert. Dann haben wir die Panzer geräuschert. Ich habe dann meinen Chef noch angerufen und gesagt, die Panzer haben jetzt in der Köln-Eggersfeld. Ob wir noch rauskommen, das weiß ich nicht. Die deutschen Landseite, die fort sind, die haben wir... Ja, die sind beschossen worden. Dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt vor Ende des Krieges, lassen wir uns nichts mehr verpassen. Dann sind wir in Köln-Eggersfeld. Einmal haben wir dann auch gehört, war eine fremde Sprache im Hof. Und dann ist der Bauer, da sind wir auch noch Zerr unter den Bauer. Da sind wir auch noch dran. Da haben wir gewusst, jetzt haben wir gewandelt. Und dann muss ich nur einfügen. Der Arme hat bei uns Flugblätter abgeworfen und da ist draufgestanden, wir konnten den Krieg auf zweierlei Art überleben oder erleben. Das alles, wenn es den Suchhaus hat, dann war es ein Soldat, der auch verblutet in den Stachen dran ist. Und wenn du das Bild durch das Licht geholt hast, dann hast du einen Soldaten gesehen mit einer schönen Frau hinein und dann ist er auch draufgestanden auf dem Klopat. Hunderttausende Soldaten redeten das Leben, das eine Wort Serender. Wenn wir vor dem Keller raus sind, schrie er Eiserinde und dann stand der arme Sterner mit seiner Waffe, aber er hat nicht geschossen. Der Schlager selber, das hat ungefähr acht Hemper, blaues Stachen dran und ein gewöhnlicher Acker, das war das, es sind sowohl gar nichts. Und wir haben da aufgeteilt worden, das war ungefähr weit über 100 in einem Kämpfer. Bis jetzt war es ja ein herrliches Frühjahr. Und dann ist es trocken, also dann ist das Regen. Am 1. Mai hat es ihn angefangen zu bringen und da hat es ihn gekriegt und du durfst den Tagsüber nicht setzen und dann macht man bloß einen Schritt hin und her. Dann waren wir zuletzt in den Schlamm gestanden bis über die Gäten hinaus. Da ist ein Gestalt-Turmgehaus, der hat uns gehört, was er gemacht hat und mir hat er gesagt, fromm, hat er gesagt, fromm. Ja, fromm bin ich, aber von Spalte. Aber ich habe ja gar nicht gewusst, was er momentan meint. Da ist mir erst gefallen. Woher? Fromm. So, ich bin katholisch, habe ich gesagt. Ich bin katholisch und bin nach der katholischen Religion erzogen worden. Der wollte wissen, woher sie sind. Wann war das, wann sind Sie da rausgekommen aus der amerikanischen Fangenschaft? Ich bin am 5. Juli wieder daheim gewesen. Ich wollte wieder im Bauernhof da haben. Ich bin geboren am 17. Oktober 2024 auf einem kleinen Anwesen in Untererlbach. Das ist es, unser Hausenthaler. Ah ja, genau. Und dann, wenn ich in der Hochschule gekommen bin, dann bin ich auf Spaltrecken gekommen. Wir waren fünf Kinder, aber ganz anwesend. Also meine Geschwister, mein Bruder und die Mardis in der älteren Bauern gekommen. Und da bin ich auf Spaltrecken gekommen, zum Gengschirsch, und das ist das Witzhaus, zum Stenge jetzt. Da war ich drei Jahre dort, da war ich 17 Jahre, drei Monate, da bin ich ziemlich dämpft gekommen. Nach Godenhafen, das ist bei Göttingen, also das ist bei Boi, bei Tansicht da oben. Ja, jawohl. Und da haben sie dann mitgekommen, zu der Marine. Und dann sind wir weggekommen da, und dann sind wir. Ich bin dann auch auf Hamburg gekommen, und da sind wir dann eingeschifft worden. Dann bin ich auf Norwegen gekommen, nach Bergen. Und dann bin ich auf ein Schiff gekommen, auf ein Hochbossenboot. Wir waren 55 Mann auf dem Schiff. Unser Kommandantin, der war ein Oberfeldwege und auch ein Ding. Und in der Küken, weil ich der jüngste war, da wo ich am Bock gekommen bin, da haben sie mich gleich in die Küken. Drei Jahre, wo es war, ich auf dem Schiff dort. Und dann bin ich abgekontiert worden auf einer Bodega, da er für jetzt gar nicht. Wir sind in der Früh um sechs Uhr abgegeist worden. Und nach zwölf Uhr bis sechs Uhr haben wir einen Posten gehabt. Und die halbe Besatzung ist auch vorgefangen. Und dann sind wir abgegeist worden. Und dann haben wir sich ins Bett reingelegt. Zehn Minuten rauf im Salon gewesen. Da sind wir dann raufgegründet, jetzt waren da Flieche, sind rübergeflogen, englische Flieche, haben das beschossen. Wir sind in die Gefangenschaft gekommen. Da sind wir gefahren vor Dachs, vor Hammerfest, runterwärts nach Naule. Und da sind wir halb elf Uhr, das ist ein Funkspruch gekommen, in der Früh, das ist ein Funkspruch gekommen. Der Krieg ist zu Ende, wir sollten uns in Heimat aufhelfen und das war Malöl, haben uns in den Hafen umgezogen und die Frachter weiterfahren lassen. Dann sind wir da hingekommen, da waren wir zwei Tage nach den Frachtern getroffen, da sind die ganzen Schiffe reingekommen. Wir waren an den zwanzig Fahrverschenboden und zwei Tage drauf sind dann zwei englische Offiziere gekommen und sind dann am Post gekommen und haben gesagt, das sind wir verhalten müssen und so weiter. Das Schütz und die EMG, was wir heute gehabt haben, das ist zwei Zentimeter, das haben wir gesagt, die Brücken richten werden und die Verschluss raus machen. Ja und da hat es gelassen, wir kennen ein Schiff, ein Verpflegungsdauer und ein Begleitungsdauer. Da sind wir da hingefahren mit unserem Schiff und haben da die Verpflegung immer nicht mehr, was wir gebraucht haben, ein bisschen mehr nicht mehr was. Und Begleitung dasselbe, den Seesack hat man gehabt, als wir da waren, dann haben wir den Seesack auch erst früh gemacht. Und dann waren wir noch vierzig Tage auf dem Schiff und sind wir auf den Rand gekommen und das war noch ein Montionsdauer, wie lange drin drin war. Das war auch so ein Montionsdauer und da haben wir unser Gehr noch gehabt und da haben wir gepostet, machen wir nicht, dass in Norwegen nichts machen konnten. Tag und Nacht haben wir gepostet, die Frauen, die die Deutschen nachgegeben haben, waren im Kindergarten, im Senat, daneben war so ein großes Gebäude. Da sind die Frauen gekommen, die haben mich nicht mitgewacht und da waren wir bis zum 12. August gefahren. Hast du dein Gewehr noch gehabt, hast du wachstet gemacht, normal, viel verpfälzt, normal weiter stehen. Drei Monate nach dem zweiten Wettkrieg sind wir noch mit Gewehr rumgelaufen. Erstaunlich, ja. Und ich geschlafen hast in Waldrasen, dem Montionsdauer da. Am 12. August bin ich noch weggekommen. Runter, hat sich zuerst die englische Zone gekommen, drüber entlassen und dann hat sich die amerikanische Zone überdessen. Da sind wir eingeladen worden, in Trondheim sind wir da eingeladen worden und sind runtergekommen nach Bremen. Wir hatten uns die Armee übernommen und hatten uns weitergeschickt, waren wir 14 Tage hinuntergelegen, aber nicht hinuntergelegen, sondern auf dem Feldraten. Da haben wir sie zu einem Luch rausgeholt und da haben wir dann geschlafen, wenn der Schuss geschickt hat. Und da haben wir dann drin geschlafen, sind die Klamotten und deshalb haben die Franzosen, weil wir noch in der Zeit die Franzosen gekommen sind, die sind wir in Paris gekommen. Heute ist der Transport gegangen, wir waren ja 20.000 Mann dort. Da sind wir da weg, aus Österreich, auf dem Graschbogen aufgeholt worden und sind auch zu den Bauern gekommen. Und da war ich noch bei den Bauern eineinhalb Jahre. Der Bauer war heute da, der war einmalig, das war Gold zu mir. Aber die Leute, weil ich da an sich hochgehangen war, das war so wie was der Zeit rund, hängt sie nach, hängt sie nach, los auf. Also der Hass war schon noch spürbar von den Franzosen. Ja, ja. Und dann haben sie mich tatsächlich, der junge Perl da, mit 70, 80 Jahren, hängt die Nachts, ich habe gleich in den Hofhäuser gewohnt und da haben sie mich aufhängen wollen. Ernsthaft? Ja. Und mein Nachbar, der war fünf Jahre in der deutschen Gefangenschaft, in der Oberbayern drin, und der ist zugegangen und der hat gar nicht heimgewollt, weil die auf mich gekommen sind. Und die haben mich auf den Wogen aufgenommen, haben sie auf den Stadtbrück geholt und haben sie zusammengefahren, genau. Und der hat sich immer in den Dolmetscher gemacht. Und dann hat er mir erst gesagt, ich habe Schalli, Schalli, du musst mich essen. Ich hab Schalli gesagt, du musst vorsichtig sein, die wollen dich aufhängen. Und zufällig bin ich da geworden und da war in den Hofhäuser, wo ich geschlafen habe, da war ein Fischerkreuz drin und da haben sie nicht reinkommen. Und wir haben sie ausgemacht und da hat er mir beim Tag das Eisenloch schneiden und dann riefen und hängen ihn auf. Und das hat mir der Nachbar gesagt auch, der, der in der deutschen Gefangenschaft war, hat gesagt, ist ja vorsichtig sein und dann hab ich nicht mehr gerettet. Dann hab ich zurück, hab ich ihm zum Bauern gesagt, ich will zurück ins Dach, ich bleib nicht mehr da oben. So gefährlich, ja. Dann hab ich drei Tage nichts gerettet. Der Sohn, der war genauso alt wie ich, 20 Jahre alt, hat er mich ins Dach gefahren. Und dann hat er wahrscheinlich gesagt, ich hab Arbeit so weit und man hat nichts mehr gerettet, die letzten drei Tage. Da waren wir 40 Tage in den Dach noch. Und da waren nur mal zwei Posten da. Und dann sind sie auf ein paar Sprungen nach und haben uns gefahren in der Bergwelt. Grünbergwelt. Das war 800 Meter da. Die Franzosen, die Posten, die haben wir gehabt, waren immer zwei Mann und eine Franzose, der war immer hochgegeben hat. Und dann hat er immer hing, der ist ein Nextrad gefahren worden und wir sind langsam halt schnell los hintergelassen. Und dann ist das, die Ordner hast nichts mehr, ist ganz bleib geworden. Dann haben die gesagt, ich war schon drin worden. Ich müsste das Mal aufmachen. Sechs Wochen war ich drin. Da waren wir drin. Da hat es geheißen, ich kann in die Kirche gehen. Das war genauso wie da im Berg. Oben ist Bergberg. Und unten, wie unten drüber war, war auch die Kirche. Ja, genau. Dann haben sie gesagt, ich kann in die Kirche gehen, ich kann in die Kirche gehen. Und dann haben sie die, ich war in die Kirche geholt haben. Dann ist der Posten mitgegangen. Und auch Posten war am Gartendierler drin gehabt. Das war quasi so ein Speiergang. Wir waren in den Baracken geworden hier drin. Und dann sind wir an die Haustiere hingegangen. Und man hat gesehen, der ist der Posten. Am Gartendierler hat eine Zeit gewert, wie sie auf dem Stuhl geholt war und hat geschlafen. Und da oben ist gleich das Gleis vorbeigegangen. Und der Wald. Und wir hinschlichen langsam an ihn. Und da waren wir acht Tage unterwegs. Nichts dessen können. Und da war es gerade im Sommer, das war am 8. August. Am 8. Juni. Bis 16. Juni waren wir unterwegs. Da hat es Kirchen gegeben. Bei uns früher sind die Strassen, die die Öpfel bauen. Da waren die Kirchen bauen. Da haben wir acht Tage lang von den Kirchen gegessen. Und die haben sie immer nach den Strassen laufen. Das waren die Schuhen rauf. Miehausen. Und auch die Schweiz. Und auch Griebe. Schaffhausen und so weiter. Und da haben die Schweizer, die Grenzen haben wir da in den Osten gemacht. Da war ein Erder dabei und ein Jüngerer. Das war vielleicht auch der 20, 30 Jahre alt. Der Jüngere und heute waren die 50. Und da haben wir einen Groden geschenkt. Und den haben wir einen Schäferhund dabei gehabt. Der Hund unter dem Baum steht und beiden auch. Die haben doch das BG überall drauf gehabt. Auf dem Buggel im Fels. Das ist ein Schäferhund überall. Wir haben ihn aufgeleucht. Da hat er, der hat Deutsch gesprochen. Der Schweizer, der auch Deutsch gesprochen. Das war in der deutschen Schweiz wahrscheinlich. Und da ist er vorgeset zur französischen Schweiz. Da hat er gesagt, es kommt runter. Da müssen wir runter. Und da hat er, es muss nicht so werden. Da haben wir, was wir geglaubt haben, geworfen. Da haben wir gesagt, das war die Felschen. Ja, das war der Gefeuerregel. Aber nachts sind wir in die Wirtschaft hineingeführt. Und da haben sie mit sie hineingeführt. Zum Essen. Da hat es da auch eine Hosebrauen gegeben. Da hat es die Kanige gegeben. Da haben wir Hosebrauen gerecht. Und da war ein Tisch da gehabt. Vor den Einsässern. Die haben ihren Wein getrunken. Und haben sie gefragt, na, wo kommt noch ihr her? Hier ist er sein. Und ich spreche mir Deutsch. Ja. Und er hat gesagt, ja, wo kommt noch ihr her? Da haben wir gesagt. Die eine war von Köln. Die andere von Heidelberg. Und ich habe gesagt, von Nürnberg. Und dann haben die gleich angefangen zu singen. Aber ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Und dann haben wir uns gegessen gehabt. Und zwei ausgedrungen. Und die einen und zwei gestellt wieder. Und dann hat der Posten gesagt, na, nix. In der Unterkunft da. Da sind wir noch über Nacht. Da haben wir noch tausend Eiers abgegeben müssen. Fast gerade. Na Gott, ins Bekennt. In so einer Lager hinein. Da haben wir geschlafen. Und in der Früh hat uns der junge Posten auf Milhausen ins Lager. Da hat er immer gesagt, na, ich will doch euch haben. Ich weiß doch, hat er gesagt. Ich will doch auch haben. Aber er hat nicht gemischt. Da kann ich nix machen. Und dann waren Sie im Lager bei die Amis quasi in Gefangenschaft? Bei den Franzosen? Bei den Franzosen. In Gefangenschaft. Und wie lang und wann? Da war ich dreieinhalb Jahre in Gefangenschaft. Da bin ich bei einem Bauernwissen. Da waren sehr gute Leute. Ja. Aber ich bin nicht mehr drin drin, weil sie haben immer auf ihn gewonnen. Mhm. Da sind dann 50, 50, 70, 70, 70, 70. 45, ja. Und wann sind Sie dann Hamkummer? 48. 48. 48. Am 28. Oktober. Erstmal bin ich im Dezember 1934 geboren. Ich war also beim Kriegsende war ich 10. Ich bin in Jauer geboren. Das weiß man hier eben. Schlesien ist ja nicht so bekannt. Und dann mussten wir im Januar 1945 sind wir dann 50 Kilometer bis nach Oberwüste Gersdorf zu Fuß mit dem Schlitten gezogen. Die Familie. Und es war ja ein härter Winter. Also das war schon. Haben einmal übernachtet und haben dann das Kriegsende in Oberwüste Gersdorf. Meine Eltern hatten da noch ein Haus. Das haben wir das Kriegsende erlebt. Oberwüste Gersdorf war ein Ort, wo es ein sogenanntes Arbeitslager für Juden gab. Und diese gefangenen Juden haben Schienen legen müssen und sind auch von sogenannten, also von den Männern der Organisation Todt bewacht worden. Und das waren ganz schlimme Männer. Also die haben, ich habe das als Kind selber gesehen, wie die die Juden behandelt haben. Die Bevölkerung selber hat immer versucht, den Gefangenen zu helfen. Das heißt, selbst meine Tante hat halt Brot eingepascht und dann einfach aus dem Fenster geworfen. Oder eine Nachbarin hat Essen gekocht und hat eine Schweinetrögel gegeben. Das war ein Bauernhof. Und wenn dann die Bewacher kamen und gesagt haben, was ihr einfällt, denn sie wären ins Gefängnis gekommen, wenn sie geholfen hätten. Also wenn das aufgekommen wäre. Und da ist dann, aber dann hat die Nachbarin eben gesagt, wenn ihr nicht aufpasst, das ist das Fressen unserer Schweine. Also da hat jeder versucht, zu tricksen und die Leute zu helfen. Ja, ja. Als dann das Kriegsende kam, dann sind zuerst die, mein Vater ist dann im Heuscheuergebirge stationiert gewesen und der hat sich dann zum Kriegsende durchgeschlafen durch die Wälder, die er ja kannte, weil er da geboren war im Eulengebirge. Mhm. Und dieses ganze Projekt, das weiß man auch heute, was Hitler damals versucht hat durchzubringen, ist ja, er hat ja riesige Tunnels bauen wollen. Das Projekt Riesen ist das im Eulengebirge. Und so waren auch diese, die Schienen gelegt werden mussten nach Tschechien hin, das war also ziemlich an der tschechischen Grenze. Die, das musste halt gebaut werden und dann mussten die Leute noch im Steinbruch arbeiten, also die Gefangenen. Als das Ganze dann, als die Bussen dann kamen, war es so, die ersten, die kämpfende Truppe, das waren Mongolen und die waren sehr anständig. Mhm. Was danach kam, war schlimm. Aber die Russen haben damals versucht oder haben gewollt, dass das ganze Dorf eben dem Erdboden gleich gemacht wird, wegen dieses Arbeitslagers. Und dann, und die Bevölkerung, also meine Eltern haben auch schon im Hof gestanden, die sollten erschossen werden. Also die Bevölkerung sollte erschossen werden. Mhm. Da haben aber die Juden, die dann entlassen waren und aus dem Arbeitslager kamen, die haben für die Bevölkerung gesprochen und haben gesagt, man hat ihnen geholfen, so wie es irgendwie ging, und dann haben die davon abgelassen. Also ich muss Ihnen sagen, das war eine ganz großartige Geste dieser Leute, die gequält worden sind und hinterher für die Bevölkerung gesprochen haben. Das habe ich nie vergessen. Wir sind dann 46, mussten wir dann Schlesien eben verlassen und dann war es so, dass wir über, das war Waldenburger Bergland, wir sind dann in vier Wagons geladen worden, immer 30 in einem Waggon und waren acht Tage unterwegs. Und da gab es von der kölnischen Seite her, an Tafliko, gab es ein Brot und ein Hering. Und, also nicht pro Person, sondern für den ganzen Balkon, den Hering habe ich bekommen, nicht? Mhm. Und was eigentlich für mich noch wichtig war, ist als mein Vater, dann als wir in Niedersachsen, wir sind nach Niedersachsen gekommen, wir sind wie gesagt acht Tage unterwegs gewesen. Und dann war das so, dass mein Vater ihm gesagt hat, jetzt sind wir in Freiheit. Freiheit. Das war für meinen Vater das allerwichtigste Freiheit. Mhm. Und das war ein weiterer Ausbruch, war dann von ihm noch später zu uns, Kinder lernt ordentlich, denn ihr wisst, ihr habt das erlebt, was ihr im Kopf habt, kann euch niemand wegnehmen. Ja. Am 29. März 37. Ja. Und bin dann in den Nazi-Kindergarten gekommen. Gab es da einen Nazi-Kindergarten? Ja, einen Nazi-Kindergarten gab es bei uns, wo heute auch noch der Kindergarten drin ist, gell? Mhm. Die armen Schulschwestern haben es rausgeschmissen, der Nazi-Kindergarten. Wir mussten raus, wir sind dann in die Winzbauer Straße zur Frau Schaubmeyer gekommen. Mhm. Und wir sind dann von Fräulein halt sozusagen unterrichtet worden. Wir sind dann gleich gekommen, gell, haben Papier, Hüte, die Soldatenherde aufgerückt, haben Holzschwerte gekriegt und haben schon ein wenig exizieren müssen. Das war schon eine Vorstuhlung, nicht wahr? Mhm. Für die Wehrmacht. Ja, ja. Und dann 1943 in die Schule gekommen, wie ich dann so langsam das Kriegsende erlebt habe. Das Gravierende war, dass also unsere Rezartbrücke mit Sprengladungen aufgeladen worden ist. Haben natürlich alle Angst gehabt schon. Es ist allerdings passiert, dass die Zinschnüre durchgeschnitten sind einmal, ne? Das haben sie natürlich als eine große Sabotage empfunden. Mhm. Haben das natürlich wieder gerichtet, ne? Und bei uns daheim war ein Ungar eingemietet, der Schützengräben hat bauen müssen und Maschinengewehrunterstände und so weiter. Und ich weiß auch noch, wie der Volkssturm gegründet worden ist. Mhm. Und da weiß ich noch, wie mein Vater, der war ja schon älter, den haben sie nicht mehr eingezogen können. Er war im ersten Weltkrieg schon dabei. Die beiden haben sie zum Boschenstehen abgerufen, ne? Der eine hat mir gescheit gehört und der andere hat mich nicht gescheit. Ich habe mir damals schon gesagt, oh Gott, was war denn das? Wie es dann ernst worden ist mit dieser Brückensprengung. Die SS hat ja das unheimlich wichtig gemacht. Wir haben ja schon Wasserzeige gehört, wie sie da die Holzbrücke gesprengt haben. Und dann sind die ganzen Kampfpanzer sind nicht mehr rübergekommen auf die andere Rätselzeige, sondern sind alle bei uns gewesen. Alle bei uns reingefahren, ne? Und da war von der gesprengten Brücke bis raus zu meinem Haus ein Panzer nach dem anderen gestanden. Lauter Kampfdruck. Mhm. Und die haben dann natürlich Unterkunft gebraucht, ne? Und Hunger haben sie gehabt. Man weiß es noch, wie die zu uns da reisen, gell? Da hast du ja mal geschaut, ne? Was da auf der Nazi da sind und so weiter, ne? Und mein Vater sei Kappen, haben sie gefunden, weil er bei der Brauerei beschäftigt war, ne? Er hat da so eine Werkführung gegeben, ne? Also das war kein Hassel. Das haben wir ja schon gesehen, dass das war kein Hassel. Und dann, naja, dann haben sie uns in ein Zimmer getrieben, ne? Wo wir dann übernachten haben, nämlich. Meine Mutter hat mit dem Soldaten um die Becken gekämpft, ne? Sie hat auch gezogen und der hat auch gezogen. Und jetzt hat er die Pistolen zu, gell? Mhm. Dann hat sie ausgelassen. Das ist natürlich das Argument, ja. Ja. Mein Bruder, die Harmonika haben sie geglaubt, die haben sie mitgenommen. Die haben sie mitgenommen. Die kleinen Filmapparate, die Boxstorff, die haben sie auch mitgenommen, ne? Und natürlich alles, was sie an Essbaren gefunden haben, ne? Mhm. Mein Bruder war meistens bei den Bauern auch ein wenig beschäftigt. Da haben wir also schon Eier auch gehabt, ne? Und Hühner haben wir selber gehabt. Und Gänse haben wir gehabt. Und der Sau haben wir gefüttert. Also es hat schon was zu essen gegeben, ne? Und dann habe ich auch noch erlebt, wenn ich die Fliegerspalt angegriffen habe. Weil sie runtergeschossen haben. Ich war unter der Haustür standen. Oder? Oder? Und dann sind sie dann raus, die Leute, ne? Und dann haben sie sich durchgezogen, ne? Und ich habe sie auch noch schießen sehen. Ich habe meinen Vater oben herlaufen sehen. Da beim Straubauer oben, ne? So nachher. Und dann sind die Begiftlicher gekommen, ne? Habe ich gesehen, wer sich hingeschmissen hat. Ich war unter der Tür gestanden und habe so geschaut. Ja, wir haben natürlich auch arbeiten, schreiben müssen. Und da war eine Frage, wer denn die deutsche Jugend am besten erziehen kann. Da haben sie natürlich erwartet. NSDAP, ne? Mein Bruder hat geschrieben, die katholische Kirche. Da war er schon durch. Zum Kriegsende sind sie dann entlassen worden. Und zwar hat er, das war ein Jude, gefragt, wer ist denn aus Bayern? Aber ich habe sie nicht. Ihr dürft am ersten haben. Ja, tatsächlich. Die Bayern sind als erstes entlassen worden. Und mein Bruder hat also richtige amerikanische Entlassungspapiere bekommen. Und ist dann im Zug sogar. Und ist dann im Zug sogar. Ich kam von der E-Z. Vielen Dank.